Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne, herzlich willkommen zu dieser Schiffseinweisung zum Forschungsbaumschiff T10 USA und zwar die Dreadnought Klasse, die weitergeführt wurde, die USS Vermont, wenn man dazu sagen möchte. Es ist ein Papierschiff, was wir euch jetzt hier vorstellen, aber mit Update 0 und 11 wird dieses Schiff halt als Alternativzweig in den amerikanischen Schlachtschiffzweig sozusagen hinzugefügt und deswegen machen wir euch hier die Vorstellung. Die drei Schiffe, die da hinzukommen, sind alle sehr sehr ähnlich zu fahren und deswegen wird es erstmal bei der Vermont bleiben, die wir euch hier vorstellen wollen. Geschichtlich gibt es da eigentlich nichts zu erzählen, weil wie gesagt, einfach nur eine Blaupause ist, das Schiff wurde so nie gebaut oder fertiggestellt. Darum gehen wir direkt auf die Panzerung ein und die ist doch recht komplex, das muss man schon mal gleich sagen. Anfang tun wir natürlich vorne mit 32 Millimeter, die haben wir hinten übrigens auch mit einem sehr weiten Flügelschutz, hier an der Seite mit den 292 Millimeter, heißt aber auch, dass unser Vermont frontal overmatched werden kann von anderer AP-Granate und zwar Yamato und Shikishima und natürlich Omosashi sind für dieses Schiff schweinegefährlich. Alle anderen Granaten können bouncen, also abprallen, weil die die Panzerung eben nicht overmatchen, aber eben diese drei Schiffe sind sehr gefährlich und dann gibt es hier vorne eben diese Bereiche. Wir haben hier oben die Hilfsräume mit 64 Millimeter, 406 Millimeter, U-129, da sind es 406 auch, ja genau, das sind beides 406er und hier unten haben wir 64 Millimeter. Hinten sieht das ein bisschen anders aus, da haben wir oben auch die 64 wie vorne, dann kommt die 46er in dem kleinen Bereich und dann kommt die Zitadelle aber mit 127 Millimeter. Also die sollte ausreichend diese Panzerung, um AP-Granaten jeglichen Kaliber zu aktivieren, d.h. Frontal-Zitadellen sind, wie sagt, für die sie ihr nannten Schiffe eben möglich. Dann geht es hier weiter auf dem Deck mit 51 Millimeter, was prinzipiell eine relativ stabile Panzerung ist. Zumindestens AP-Granaten könnten abprallen, es sei denn, sie kommen halt im Steilfeuer rein, sozusagen, dass sie relativ spitz schon auf die Panzerung treffen. Dann würden sie halt auch da in die Penetrationsabfrage gehen und nicht abprallen. Bei den 19 Millimeter Aufbauten, das ist natürlich wieder was anderes, da kommen dann selbst Zerstörer durch mit ihren HE-Granaten, um dann eben anzuzünden. Dann schauen wir uns mal die ganzen Geschichten an. Hier an der Seite haben wir 38 Millimeter Torpedoschutz, den nehmen wir nämlich jetzt auch mal weg. Und ihr seht, da ist hier so ein Bereich mit 318 und 406 Millimeter, die überlappen die Zitadelle und die sind auch so angebracht, dass sie unterhalb der Wasserlinie noch schützen. Das will ich euch nicht vorenthalten. Die blenden jetzt aber weg, wenn wir hier den Torpedoschutz ausblenden. Deswegen ist die Zitadelle hier nicht so leicht zu erreichen, aber sie sind halt im 90 Grad Winkel. Die Granate kommt hier so rein. Man muss nur durch die 38, die 300 Millimeter durch und eben die 41, dann passt das schon. Und Schlachtschiffe schaffen das auf jeden Fall oder können es gut schaffen, da durchzukommen. Die Zitadelle guckt auch ganz leicht über dem Wasser raus, so von der Sache her. Also ist die Gefahr durchaus da. Wenn wir uns jetzt die HE-Granate einmal anschauen, da kommen nicht viele durch diese Deck durch. Aber wohlgemerkt die Deutschen, nämlich zum Beispiel die Hindenburg, die penetriert nämlich genau 51 Millimeter mit ihrer HE-Granate und würde dann der Vermont Schaden anrichten können. Eine des Moins zum Beispiel mit 203 Millimeter, selbst mit Trägheitszünder für Sprengranaten, kommt nicht auf die Penetrationsfähigkeit und würde hier durchs Deck nicht durchkommen. Wohlgemerkt aber natürlich durch die Aufbauten, weil da die Panzerung ja dünn genug ist, da bräuchte man dann auch keinen Trägheitszünder mehr. Wenn wir jetzt die oberen Decks wegnehmen, also die 51 Millimeter weg, dann kommen wir zur Kasematte. Da sind nochmal 127 Millimeter durchgehend und darunter haben wir dann noch die Zitadelle mit 38 Millimeter. In summa summarum sind das dann, was waren das jetzt, 300, nee, 218 Millimeter müssen das jetzt, glaube ich, sein, oder 216 Millimeter Panzerung, wenn ich mich jetzt nicht total verrechnet habe. Also, das ist doch ganz manierlich, da können andere Schiffe sich nochmal eine Scheibe von abschneiden. Also, die Panzerung nicht schlecht, wenn man weiß, gegen welche Schiffe man gefährdet ist. Also, Yamato, Shigishima, die solltet ihr auf dem Zettel behalten. Gut, das war es von der Panzerung. Ich schicke euch jetzt ein Gameplay und dann vergleichen wir wieder dieses Schiff mit anderen Schlachtschiffen auf T10, um da so ein bisschen den Eindruck zu bekommen, was ist die Stärke der Vermount und was ist die Schwäche. Kommen wir zum Bild des Schiffes. Also, ich habe hier ein kompletten Survive-Bild gebaut und die Werte, die ihr eingeblendet seht, sind eben schon die veränderten Werte. Das ist das, was ihr erreicht, wenn ihr mein Bild nachbauen solltet. Bei den Trefferpunkten kommen wir somit auf 100, 2800 Trefferpunkten. Das ist der Stockwert und damit die drittmeisten Trefferpunkte auf der Stufe 10 für Schlachtschiffe im Spiel. Bei der Torpedo-Schadensverringerung haben wir hier 40% zu Buche stehen und das bringt uns auf Platz 5 aller Schlachtschiffe. Da sind natürlich Yamato, Shigishima besser, Bugon und eben die Kremlin, die einen besseren Torpedo-Schadensverringerungswert haben als wir hier mit der Vermount. Dann kommen wir schon zu einem der großen Hausnummern bei diesem Schiff. Das ist nämlich die Hauptbatterie. Wir haben hier vier Türme a drei Rohre, 457 Millimeter Kaliber. Das höchste Alpha-Strike-Potenzial im Spiel eines Schlachtschiffs. Ja, muss man ganz einfach sagen. 189.000 Alpha-Damage stehen da zu Buche, die dieses Schiff in einer Salve rauskloppen kann. Das ist quasi der Maximumertrag, wenn ihr jedes Mal die Zitadelle treffen würdet mit allen Granaten, die ihr abfeuert. Gehen wir von oben durch. Wir haben hier eine Reichweite von 24,5 Kilometer. Das ist ordentliches Mittelfeld auf eine Ladezeit von 40 Sekunden. Das ist wiederum die langsamste Ladezeit im Spiel für Schlachtschiffe. Das ist eben so ein bisschen das Manko. Wir haben ein Riesenpotenzial. Das können wir aber nur alle 40 Sekunden entfalten. Die Dauer der 180-Grad-Keere hier angegeben mit 32,1 Sekunden. Stocks sind es 45 Sekunden. Ich habe hier den Elite-Schützen geskillt. Der Hellsee, der hat hier auch einen verbesserten Elite-Schützen. Das heißt, wir drehen hier noch einen Ticken schneller als bei einem Standard-Kapitän. Die Türme. Dann geht es weiter. Die HE-Granate ist ein klassisches Mittelfeld auf dem Niveau der Kremlin und der Republik. Brandwahrscheinlichkeit 43%. Geskillt können hier 47% erreicht werden. Würde ich aber nicht machen, weil man mit dem Schiff hier hauptsächlich AP schießt in, ich sage jetzt einfach mal, 95% der Fälle. Das ist verschenktes Potenzial, wenn ihr die andere Granate benutzt. Klar, Brandwahrscheinlichkeit ist durchaus mal gegeben. Kann man mal machen, aber ihr solltet sehr, sehr häufig die AP-Granate benutzen. Ein Sechstel Penetration, 77 mm. Panzerung wird damit durchschlagen. Die kann ja, wie gesagt, nicht abprallen. Ganz anders bei der AP. Da haben wir hier eben eine super Heavy-AP. Die Granate ist saumäßig schwer mit 1,746 Tonnen pro Granate. Macht ihr ordentlich Einreif auf die Panzerung der Gegner. Nur die Shikishima hat eine schwerere Granate mit 2,62 Tonnen. Selbst die Yamato-Granate mit 460 ist leichter als eure. Und darum hat man eben sehr viel kinetische Energie, die hier im Spiel übrigens auch beachtet wird, wenn die Granate in die Penetrationsberechnung reinkommt. Wir haben hier einen Sigma-Wert von 1,95, also ziemlich, ziemlich genau auf Anzahl der Granaten. 271 Meter geskillte horizontale Streuung auf, wie gesagt, 24,5 Kilometer. Ist ein sehr, sehr ordentlicher Wert, muss man ganz ehrlich sagen. Also ist relativ genau, wie wir Montag haben. Muss man einfach mal so festhalten. Standard-Abrallwinkel, also nichts verbessertes wie bei den amerikanischen Kreuzern. 0 bis 30 Grad keine Penetration, 30 bis 45 Grad Chance auf Penn oder eben Abpraller. Normalisierung, Schlachtschiffen-like 6 Grad. Das ist der Winkel, in dem die Granate sich durch die Panzerung bohrt, wird um 6 Grad verbessert nach dem Aufprall. Ihr müsst mindestens 76 Millimeter Panzerung durchschlagen, bevor der Zündverzöger der AP-Granate eben auslöst von 0,033 Sekunden. Und dann gibt es euren Alpha-Damage von der AP-Granate, nämlich 15.750. Das ist ja zweithöchste Alpha-Damage einer AP-Granate überhaupt im Spiel. Nur die Shikishima ist besser und wir sind auf Augenhöhe mit der Ohayo. Die ist nämlich die gleiche Granate, die wir hier verschießen. Und ja, wie gesagt, 15.750 ist einfach eine mega krasse Geschichte, kann man einfach so sagen. Penetrationsverhalten. 20 Kilometer penetriert ihr 502 Millimeter. Auf 15 Kilometer 570 Millimeter Panzerung und auf 10 Kilometer bis zu 653 Millimeter Panzerung. Das sind Mega-Werte. Und ab 20 Kilometer, also von 20 bis zu den 24,5 Kilometern, penetriert ihr sogar stärker als die Yamato. Erst ab 20 Kilometer, da ist der Break-Even-Point, wenn man so sagen möchte, 20 Kilometer. Und darunter ist die Yamato von der Penetrationsstärke her ein Ticken besser. Das ist das, was man zur Hauptbatterie quasi sagen kann. An Mündungsgeschwindigkeiten ist vielleicht noch ein Punkt, den muss ich euch unbedingt mit auf den Weg geben. Ihr habt die langsamste AP-Granate im Spiel. 732 Meter die Sekunde ist halt ein wirkliches Problem, gerade wenn ihr auf Kreuzer auf große Entfernung schießt. Wenn die einigermaßen wachsam sind, können die euren Beschuss eigentlich immer ausweichen. Also auf Entfernung eher auf Flachschiffe schießen, Kreuzer überraschen. Wenn ihr mal irgendwo um die Ecke gekrochen kommt mit euren 24 Knoten und der Kreuzer überrascht ist oder Breitseite fährt oder, wie gesagt, frontal zu euch steht, ihr könnt auch gut frontal eben durch die 27 Millimeter, die würdet ihr overmatchen, ja, eben ohne Probleme reinhauen. Übrigens, weil wir gerade bei overmatch sind, eure Granate kann 31 Millimeter Panzerung ignorieren. Das heißt, da kann sie nicht abprallen. Da könnt ihr euren Schaden maximieren. Also auch wenn der Kreuzer dann spitz zu euch steht, könnt ihr da einigen Eindruck hinterlassen. Die HE-Granate fliegt aber schneller. Das sind also zwei verschiedene Geschwindigkeiten. Da haben wir 800 Meter die Sekunde. Gut, sekundär können wir so ein bisschen außen vor lassen, sind nur sechs Kilometer Reichweite. Sechs Sekunden Reload ist also auch relativ langsam, der Reload. Das ist es eigentlich, ne? Mit dem Schiff kommt man kaum in sekundär Reichweite. Flugabwehr, nächstes Prunkstück bei diesem Schiff. 470 kontinuierlicher Schaden und der baut sich gut auf. Also 5,8 Kilometer Entfernung ist natürlich nicht so gut wie bei den Russen, aber ist doch zumindest arbeitsfähig, wollen wir es mal so ausdrücken. Am Ende ist es so, dass ihr hier sogar defensiviert Flakfeuer habt. Mit defensiviertem Flakfeuer zusammen habt ihr die stärkste Flugabwehr eines Schlachtschiffs im Spiel. Besser als Zandara, besser als Montana, alles was eigentlich so existiert. Ja, auch besser als ein russisches Schiff, weil die haben ja kein defensiviert Flakfeuer. Ohne defensiviert Flakfeuer seid ihr unter den Top 3 Schiffen mit diesem Dampfer, muss man einfach mal so sagen. Manövrierbarkeit 24,2 Knoten, sicherlich ein starker Minuspunkt im Zusammenhalt mit der langsamen Nachladezeit bei der Hauptbatterie und der langsamen Fluggeschwindigkeit der Granaten ist eben das Schiff auch an sich relativ langsam. Dafür habt ihr aber einen Wendekreis à la bonneur, 850 Meter. Die Zandara kann noch ein bisschen enger wenden mit 820, auch die Conquerra mit dem Legendary, aber das passt dann alles. Also 820 Meter, ihr seid dann bei 850 Meter, das ist schon eine ordentliche Sache. Guter Stellzeit ist wieder eher unteres Mittelfeld mit 19,1 Sekunden. Mittelfeld liegt so ungefähr bei 18 Sekunden auf T10 von der Variante her, was möglich ist. Dann kommen wir zu den Verborgenheiten, 14,2 Kilometer, auch eher Mittelfeld, muss man ganz ehrlich sagen, da gibt es Schiffe, die sind schlechter erkennbar als ihr, aber auch Schiffe, die deutlich besser sind. Die Briten zum Beispiel, Erkennbarkeit zur Luft mit 12,4 angegeben. Im Nebel stehen und schießen solltet ihr mit dem Teil nicht, 19,2 Kilometer Erkennbarkeit, das macht quasi kaum einen Unterschied. Weiter geht es mit der Ausrüstung, die wir hier in der Vermont haben. Bei den Verbesserungen, Hauptbewaffnungsmodifikation 1 ist eine ganz klare Wahl. In Slot 2, Schadensbegrenzte Systemmodifikation 1, Risiko des Brandes und Wassereinbruchs jeweils um 5, respektive 3 Prozent verringert. In Slot 3 können wir hier nicht die Zielsystemmodifikation installieren, um die Genauigkeit zu verbessern. Hier geht es eben dann um die Drehgeschwindigkeit der Hauptgeschütze, die wir hier lieber verbessern, 15 Prozent schnellere Turmdrehzeit. In Slot 4, die Schadensbegrenzte Systemmodifikation 2, Zeit für Brandbekämpfung 15 Prozent reduziert und auch der Wassereinbrauch wird 15 Prozent schneller beseitigt. In Slot 5, Tarnsystemmodifikation, Erkennbarkeit zu Wasser, zu Luft, wird reduziert um 10 Prozent. Die Gegnergranaten sind um 5 Prozent höher gestreut. Und in Slot 6 ist die einzige Möglichkeit, die Genauigkeit der Hauptbatterie zu verbessern und das ist hier Pflicht. Denkt nicht über eine Ladezeitverkürzung nach. Das macht mehr Sinn, hier die Genauigkeit zu verbessern. 11 Prozent wird hier die Streuungsellipse verkleinert. Bei den Verbrauchsmaterialien haben wir ein Schadensbegrenzungsteam, 20 Sekunden Wirkungsdauer, 80 Sekunden Ladezeit. In meiner Skillung hier sind 76 durch die November Foxtrot. In Slot 2, die Reparaturmannschaft, ist hier keine amerikanische, sondern eine Standard-Reparaturmannschaft. 0,5 Trefferpunkte, Gesamttrefferpunkte werden hier pro Sekunde wiederhergestellt. In Summe sind es nachher mit der India-Delta-Flagge zusammen über 17.000 Trefferpunkte, die in einem Zyklus wiederherstellen können. Dann kommen wir zu was Besonderem. Defensiv Flakfeuer auf dem Schlachtschiff gibt es nach meinem Kenntnisstand nur auf der Sundara noch. Jetzt hat es eben die Vermont, jetzt auch die Minnesota und eben die Kansas haben es auch bekommen. Aber auf T10, meine ich hier, ist es der zweite Schlachtschiff überhaupt. Das macht ordentlich Eindruck und rattert die Flieger ordentlich runter. Einen Anflug kriegen sie meist durch, aber danach nichts mehr. In der Regel kommt dann der Jäger noch zum Einsatz, wohl 24,5 Kilometer eigentlich ausreichen. Das muss aber jeder für sich wissen. Ich fahre sie hauptsächlich mit Jäger, um da nochmal Luftabwehr zu unterstützen. Man kann hier aber auch sicher die Auflegungsflugzeuge dazu verwenden. Dann kommen eben nochmal so 4,8 Kilometer Reichweite oben drauf. Dann kann man schon Trägersnibing betreiben, je nachdem, was einem beliebt. Und nach der Ausrüstung schauen wir uns das Äußere an. Signale. Welche würde ich hier empfehlen? Natürlich fangen wir oben links an. November Echo Set der Seven. Mehr kommt durch der Flakschaden und mehr Schaden durch die Flugabwehr-Explosionen. Und dann auf der ganz rechten Seite oben Rammschaden am Gegner. Warum habe ich das hier drin? Ja, weil man halt häufig durch die langsame Geschwindigkeit, ja, auch mal rausgerammt werden möchte sozusagen. Es ist so eine Sache, wo ich mir sage, das könnte hilfreich sein. Also ich habe damit irgendwie positive Erfahrungen gemacht. Ist aber keine Pflichtflagge, muss man auch ganz klar sagen. In der zweiten Reihe, ganz links angefangen. November Foxtrot, Ladezeit der Fischungsverbrauchsmaterial in 5% reduziert. Sierra Mike braucht ihr unbedingt, um auf die 24,2 Knoten zu kommen. Sonst seid ihr noch langsamer, also unter 24 Knoten. Dann die eben angesprochene India-Delta-Flagge für eine bessere Reparaturmannschaft. Dann Juliet Yankee-Bizotou, Operaturdauer des Wassereinbruchs um 20% beschleunigt. Und India Yankee, Zeit für die Brandbekämpfung um 20% beschleunigt. Das ist das, was ich hier an Signalen empfehlen würde. Dann kommen wir aber noch, wenn ihr die Vermont hier richtig gut findet und euch eine Premium-Tarnung gönnen wollt für 5000 Dublonen oder sogar die Golden Eagle-Tarnung erspielt habt, als das Event dafür war, bekommt ihr eben eine Typ-20-Tarnung. Die Werte sind bei beiden Tarnungen gleich. Erkennbarkeit zu Wasser und Scholl der Granaten. Der Gegner erhöht, das sind die Standardwerte. Und dann Chipswarnungskosten um 50% reduziert. Creditpunkte plus 20% EPG-Gefecht plus 100%. Weiter geht's mit dem Kapitän. Den habe ich mir hier ausgesucht. Das ist Healthy Junior. Der hat eben verbesserte Fähigkeiten. Hier beim Ladeexperten Granatentypwechsel 75% beschleunigt. Finde ich eigentlich eine ziemlich sinnvolle Geschichte, gerade aufgrund der langen Ladezeit. Und manchmal ist HE einfach die stärkere Granate, gerade wenn ein DD vor einem aufgeht. Das heißt, das Umladen dauert 10 Sekunden. Wenn wir sonst 40 Sekunden laden, sind wir noch 95% übrig. Und wir haben natürlich einen verbesserten Elite-Schützen. Wie ich eben schon sagte, die Türme drehen dadurch dann noch schneller. Ja, Ladeexperte. Ganz klar, in der ersten Reihe gilt in der zweiten Elite-Schütze und Adrenalin-Rausch drin. Ganz klar, wir wollen die Ladezeit reduzieren, wenn wir Schaden nehmen. In der dritten Reihe typisch für ein Survive-Bild Grundlagen der Überlebensfähigkeit. Zeit für Reparatur, Brandbekämpfung, Wasser aus Pumpen beschleunigt um 15%. In der vierten Reihe dann den Brandschutz rein. Eine Quelle weniger bei den Bränden und das Risiko wird um 10% gesenkt. Dann gibt es in der letzten Reihe noch den Tarnungsmeister obendrauf. Meiner Meinung nach durchaus sinnvoll, weil ihr auch relativ langsam seid. Und dadurch euch vielleicht auch mal eher aus Situationen wieder zurückziehen könnt, weil ihr einfach nicht entdeckt seid. Und dann in der dritten Reihe wieder der Inspekteur, das gibt die fünfte Reparaturmannschaft. Muss man nicht unbedingt skillen, es ist nicht in jedem Gefecht erforderlich, die fünf Reparaturmannschaften zu haben. Da könnte man dann eventuell überlegen, hier die Schießgrundausbildung zu skillen, um noch höhere Flugabwehrschaden zu haben. Oder eben oben den Tausendsasser, um nochmal schneller die Verbrauchsmaterialien parat zu haben. Dann hätte man auch einen Skillpunkt übrig, den könnte man in die präventive Maßnahmen setzen. Dann wäre man durchgeskillt, wenn man den Inspekteur eben sparen möchte. Kelsey macht hier durchaus Sinn, einmal durch die verbesserten Fähigkeiten, die er hier hat. Und dann hat er ja noch zwei Talente. Wenn ihr eben den Unterstützer droppt, dann kriegt ihr eine Nachladezeitersparnis von 20%. Das heißt, 8 Sekunden bei diesem Schiff auf den Stockwert. Das heißt, ihr würdet alle 32 Sekunden schießen. Unterstützer kriegt man nicht am Anfang des Gefechts, sondern vielleicht mal später. Aber das macht sich dann durchaus positiv bemerkbar. Und wenn ihr einen Doppelschlag hinbekommen solltet, dann geht eure Erkennbarkeit um 10% nach unten. Was auch hilfreich sein kann. Ist jetzt nicht die allerwichtigste Fähigkeit dabei, aber das sollte man der Vollständigkeit halber mal erwähnen. Kommen wir in Richtung Ende des Videos. Pro und Contra zuerst. Also, Pro. Trefferpunkte. Die krassen AP-Granaten, das Alpha-Strike-Potenzial. Hohe Genauigkeit. Wendigkeit ist einfach krass. Die Wendigkeit der Türme finde ich ziemlich gut für amerikanische Schlachtschiffe, gerade im Vergleich auch zu anderen Schlachtschiffen. Die sehr gute Flak und ein sehr enger Wendekreisradius. Bei dieser Länge des Schiffes, da traut man dem gar nicht zu, kann man doch relativ viele Torpedos dodgen. Obwohl man auch einen guten Torpedo-Schadensverringungswert hat. Das sind so die positiven Sachen. Jetzt mal auf den Punkt gebracht, das ist einfach sehr, 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 sehr stark. Contra habe ich mir wenige Sachen aufgeschrieben. Muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man das mal nüchtern betrachtet, kann die Vermont eine Menge richtig gut machen. Aber wir haben trotzdem Contra die langsame Fahrt an sich. Also nur 24 Knoten ist halt unterirdisch langsam auf der Stufe. Dann haben wir einen ganz langsamen Reload, also den langsamsten mit 40 Sekunden. Und wir haben sehr langsam fliegende Granaten. Das ist aber ein Problem, das haben auch andere amerikanische Schlachtschiffe. Das heißt, man muss sich gut überlegen, worauf man eben schießt und in welchem Moment man schießt. Das sollte dann auch helfen. Kreuzer können euren Beschuss auf große Distanz auf jeden Fall häufig ausweichen. Mein persönliches Fazit für dieses Schiff ist ganz klar, ich denke, dass die Vermont sehr, sehr stark unterschätzt werden wird. Gerade am Anfang. Das Bestrafungspotenzial dieser Vermont ist absolut gegeben. Es ist ein, Achtung, Zitat aus dem Stream, ein Einbahnstraßenschlachtschiff. Man muss sich sehr früh entscheiden im Gefecht, wohin man fährt und kommt da meistens auch nicht wieder weg. Muss dann das Beste aus der Situation machen. Das Ding hat einen Mega-Punch. Das ist einfach unheimlich krass. Viele, die im Stream zugeschaut haben, da sind Salven von 40, 50 K, sind drin. Ohne Probleme. Ja, kann man auf Breitseite Schlachtschiffe da so richtig derbe reinrocken. Ein Beschrafer vom Herrn, kann man einfach sagen. Aber es ist eben Skill notwendig. Ich denke, mit Skill kann man hier eine Menge aus dem Schiff rausholen, weil man sich halt entsprechend anstellt gegen die entsprechenden Schiffe. Weiß, was wird gefährlich, was wird nicht so gefährlich. Wo nimmt man die Torpedos am besten mit, wenn welche kommen könnten. Man kann damit tanken, wenn man sich richtig anstellt. Und das ist der Punkt. Dann macht dieses Schiff halt auch richtig Spaß, weil es eben auch richtig krass austeilen kann. Und selbst auf wegfahrenden Schiffen ist das eigentlich kein Problem, auf größere Distanz trotzdem vernünftig Schaden anzubringen. Mir hat der Vermont persönlich sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es ein komischer Spielstil ist für ein Schlachtschiff. Aber ja, ich würde sie auf jeden Fall mal nicht mehr missen wollen, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade auf T10. Das war es von unserer Schiffseinweisung. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn es so ist, Daumen nach oben lassen, Kanal abonnieren und auch weiter erzählen, dass es unseren Kanal gibt. Alle Social Media Links zu unseren Präsenzen, Instagram, Twitch und so weiter. Findet ihr alles unten in der Beschreibung. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder eben im nächsten Livestream. Haut rein, euer Seacross Team, euer Andi. Ciao, ciao.